Jungs, ich nehme euch mal ein bisschen mit in meinen Gefühl selbst. Hier bei der WM, für mich einfach unfassbar voller Stolz, dass ich bei dieser Mannschaft dabei sein darf. So viele geile Typen. Eine Erinnerung, die für immer für mich bleiben wird. Die Frage ist, wie sie bleiben wird. Ich will mich an eine erfolgreiche Zeit erinnern. An eine Zeit, die Spaß gemacht hat. An eine Zeit, die uns für immer prägt. Wir wollen das Turnier hier prägen. Heute wollen wir den ersten Sieg hier einfangen. Ganz wichtiger Sieg, wir gewinnen das. Da bin ich mir 100% sicher. Wie gewinnen wir das? Wenn wir bereit sind. Wenn wir laufen müssen, laufen wir. Wenn wir leiden müssen, dann leiden wir. Für 100% alles dran. Alle, die auf dem Platz stehen, wissen, dass da hinten eine Bank steht, die zu 100% da ist. Und die wissen, dass auf der Tribüne die Familie sitzt, die hat diese ganze Mannschaft gelaufen. Mit allem, was sie hat. Also lassen wir uns jetzt richtig rausgehen. Wir gehen jetzt nicht weiter. Wir gehen jetzt nicht weiter. Wir gehen jetzt nicht weiter.